ARD Text im Auftrag von Funk Fällig uncool. Was? Ich hab dir mal was uncooles. Szene oder Monolog, oder? Ist mir egal. Habt seine Spannung. Spielt jemand mit mir? Los, vorbei, aus. Wir versuchen hier Theater zu machen. Galkita! Was hast du gerade gesagt? Fettsack? Hey, hey, hey! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Da hab ich meine Lieblingsszenen rausgeschnitten. Aus dem Film, der da läuft? Es wirkt kein Schwein. Bist du schwule? Ich weiß nicht, ob ich's kriegen soll. Kinder sind was Schönes. Als das bei mir mit Sex losging, da war ich ein paar Jahre jünger als du. Komm her! 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 Da musst du aber noch ein bisschen reinwachsen. Sein oder nicht sein, das ist die Frage. Das ist die verfickte Frage! Komm her! Aaaaaah!